Also bei mir war sicher das proaktive Auftreten, das Ansprechen, das informiert sein und das interessiert sein, was natürlich auch immer mitzwingt zu was ist First Impression, was hast du an, schaust du deinem Gegenüber in die Augen, irgendwie fester Händedruck, das ist sicher, was am Anfang rüberkommt beim Gesprächspartner, bei der Gesprächspartnerin. Der Grund für die Anstellung war dann am Ende sicher durchaus die Motivation, die ich auch zeigen konnte und die Begeisterung für das Thema, was damals noch in den Kinderschulen gesteckt ist, aber ich glaube ich konnte hier überzeugen. Wir haben sehr viele Teams mit unterschiedlichen Anforderungen. Für mich persönlich als Consultant war der abgeschlossene WU Bachelor sicher ein Vorteil. Zu uns ins Team passen Leute, die teamfähig sind, die ehrlich sind und die ehrgeizig sind. In meinem Team ist es besonders wichtig, dass wir neben der Affinität für Daten und Datenstrukturen auch die entsprechenden Umsetzungskenntnisse mitbringen, die hier natürlich zentral sind. Bei uns sollte man engagiert sein, Zeit managen können und gerne im Team arbeiten.